Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Waldrunde. Ja, wir haben den 1. November Sonntag. Gestern am Samstag hatten wir eine wunderbare Zeit im Wald mit ganz, ganz vielen Funden. Und dementsprechend zieht es mich auch an diesem Sonntag wieder raus in die Natur, raus in den Wald. Ja, und ich habe mir heute einiges vorgenommen. Ich will ganz, ganz viele Habitate von verschiedenen Arten checken. Zum Beispiel will ich unbedingt den Tarnstachelbad nochmal besuchen. Dann will ich schauen, ob sich vielleicht der erste Schneeritterling zeigt. Ja, und zwischen Schneeritterling und Tarnenstachelbad gibt es auch ganz, ganz viele andere interessante Habitate mit teilweise seltenen Arten. Bei denen wir prüfen werden, ob sich diese seltenen Arten dann vielleicht zeigen. Ja, wird bestimmt eine spannende und interessante Runde. Hoffentlich genauso artenreich und vielfältig wie gestern. Und dann würde ich sagen, legen wir los und verbringen wir wieder eine tolle Zeit im Wald und in der Natur. Ja, und auch wenn es heute nicht so sehr um die Speisepilze geht, sondern eher wieder um die Vielfalt, sind wir natürlich auch nicht traurig, wenn sich der ein oder andere Speisepilz wieder hier zu sehen, der Maronenröhrling zeigt. Ja, und den nehmen wir, denke ich, gleich mal mit. Das ist ein richtig schönes, junges Exemplar. Ja, und den packen wir uns jetzt mal ins Körbchen. Ja, ich bin schon gespannt, wie es bei den Maronenröhrlingen weitergeht. Letztes Jahr gab es da Anfang November, ich glaube, ich habe es gestern schon gesagt, einen richtig großen Wachstumsschub, eigentlich den größten Wachstumsschub des ganzen Pilzjahres bei den Maronenröhrlingen. Mal schauen, ob es dieses Jahr genauso ausfällt. Ja, wer seit zwei, drei Wochen wirklich unermüdlich wächst, das ist der schwarz-blauende Röhrling. Hier haben wir zwei Fruchtkörper, da vorne sehe ich schon den nächsten schwarz-blauenden Röhrling stehen. Ja, die waren in den letzten Jahren eigentlich gar nicht so oft zu finden. Und auch dieses Jahr haben sie sich ganz, ganz lange Zeit gelassen, bis sie aufgetaucht sind. Aber wie gesagt, so seit zwei, drei Wochen kann man die bei uns jetzt wirklich massenhaft finden. Ja, auf jeder Waldrunde in der Region, wo ich heute unterwegs bin, sind immer so 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fruchtkörper von der Art vorhanden. Ja, und da ist es so ein bisschen schade, dass die Art kein Speisepilz mehr ist. Die wurde ja lange als Speisepilz beschrieben, wurde aber herausgefunden, dass diese Art sehr, sehr hohe Mengen an Arsen in den Fruchtkörpern einlagert. Die gilt deswegen als stark krebserregend und dementsprechend ist die auf gar keinen Fall mehr was für den Speisepilzkorb. Aber durch diese, ja wirklich krasse schwarz-blaue Verfärbung, ich zeige euch das jetzt dann gleich nochmal auf alle Fälle was für die Kamera. Kommen wir nun mal zum Schnittbild vom schwarz-blauen Röhrling. Ja, und da habe ich mir gedacht, dass wir es einfach mal in Anführungszeichen live machen können. Ich schneide den mal durch und dann seht ihr mal, wie schnell die Farbe da letztendlich zu schwarz-blau wechselt. Also, Achtung, aufgepasst! Ja, liebe Pilzfreunde, heute jetzt mal was ganz anderes. Ja, eine Art, die dieses Jahr auch nicht so wirklich aktiv war, sich jetzt hier aber am Wegesrand zeigt. Ja, und ich denke, wenn ihr unsere Videos so ein bisschen verfolgt, dann könnt ihr schon ungefähr abschätzen, um was es geht. Durch diese deutliche Riefung am Hutrand kann es ja eigentlich fast nur ein Scheidenstreifling sein. Ja, wenn wir jetzt hier mal rüber gehen, steht hier noch ein großes Exemplar. Ja, und das ist der zweifarbige, auch genannt unterteilter Scheidenstreifling, weil der so eine ganz, ganz typische Unterteilung der verschiedenen Farben auf der Oberseite hat. In der Mitte dunkler, dann so ein hellerer Ring, dann wieder dunkler und diese typische Riefung der Scheidenstreiflinge. Ja, das ist, denke ich, eine der am einfachsten zu bestimmenden Arten aus der Gattung der Scheidenstreiflinge, weil diese starke Unterteilung auf der Hutoberseite relativ einzigartig ist. Und ansonsten sind diese ganzen Scheidenstreiflinge alle essbar. Die wichtigsten Merkmale sind dabei, der deutlich geriefte Hut, wie man hier bei dem Alten sehr, sehr gut erkennen kann. Aber auch bei dem Jungen sieht man schon sehr gut, diese Rillen am Hutrand, das ist diese deutliche Riefung. Und das zweite wichtige Merkmal ist, dass diese Scheidenstreiflinge an der Basis eine Scheide haben, aber nie eine Stielknolle. Wenn wir den jetzt nämlich hier mal so ein bisschen freilegen, dann sehen wir hier dieses heutige Etwas an der Basis, könnt ihr es hier erkennen, ganz dezent. Das ist die Scheide und wenn wir den jetzt rausnehmen würden, ja, das können wir eigentlich schnell machen, dann sehen wir hier eben diese Scheide und an der Basis keine Knolle. Und das ist ganz wichtig, um die verschiedenen Scheidenstreiflinge zum Beispiel von sehr stark giftigen Arten wie den Pantherpilz zu unterscheiden. Was die Scheidenstreiflinge zum Beispiel auch nicht haben, neben eben dieser fehlenden Stielknolle, ist ein Stielring. Ganz, ganz viele Knollenblätterpilze, ob das jetzt der Pantherpilz ist, der grüne Knollenblätterpilz, der Perlpilz, der graue Wulstling und so weiter und so weiter, die haben alle einen Stielring. Ja, und die Scheidenstreiflinge eben nicht. Also zusammengefasst, stark geriefter Hutrand, eine Scheide an der Stielbasis, aber keine Knolle und auch keinen Stielring. Das sind im Prinzip die wichtigsten Kernmerkmale der verschiedenen Scheidenstreiflinge. Ja, und ansonsten gibt es bei den Scheidenstreiflingen einfach verschieden gefärbte, verschieden große Arten. Der bekannteste, neben dem zweifarbigen Scheidenstreifling, den wir hier haben, dürfte dann wahrscheinlich noch der rotbraune Scheidenstreifling sein. Gibt auch noch ganz viele andere, wie zum Beispiel der grau heutige Scheidenstreifling, der graue Scheidenstreifling. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Arten, aber in Bezug auf den Speisewert ist diese Unterscheidung auf Artebene gar nicht mal so wichtig, weil eben alle Scheidenstreiflinge als essbar beschrieben werden. Ja, und schön, dass auch dieser zweifarbige Scheidenstreifling im Pilzjahr 2022 jetzt da ist. Ja, liebe Pilzfreunde, es herrscht schon wieder große Freude bei mir. Schaut mal, wer sich dieses Jahr doch noch zeigt. Ich bin dieses Habitat sicher 20 Mal dieses Jahr angelaufen, wenn es überhaupt reicht, um zu schauen, ob sich diese seltene, rosahütige Form vom schwarz-blauenen Röhrling zeigt. Ja, und jetzt Anfang November ist es endlich soweit. Hartnäckigkeit zahlt sich da wirklich aus. Ja, und dieses junge Exemplar hier ist nicht alleine. Da vorne steht eine ganze Gruppe. Den einen kann man hier relativ gut sehen, die anderen verstecken sich da hinten so ein bisschen. Und dementsprechend werden wir dieses wunderschöne junge Exemplar hier rausnehmen, ohne dass es den Bestand in irgendeiner Form gefährdet. Damit wir dann auch den direkten Vergleich mit dem normalen schwarz-blauenen Röhrling drehen können. Ja, und das ist natürlich ein mega, mega Glück, dass die dieses Jahr endlich mal gleichzeitig wachsen. Normal war es bei denen in den letzten Jahren immer so, dass die zeitversetzt gewachsen sind und ich somit keine Chance hatte, den direkten Vergleich zu drehen. Ja, und nach Jahren des Wartens sozusagen ist es nun endlich soweit und es klappt, dass wir den direkten Vergleich drehen können. Ja, ich nehme dieses junge Exemplar mal raus und dann wechseln wir mal die Straßenseite, weil diese Art auf der anderen Seite von der Straße auch noch vorkommt. Vielleicht sind da noch ein paar mehr. Und dann können wir da auch noch ein paar Aufnahmen machen. Wunder, wunderbar. Was hat es denn jetzt mit dieser rosahütigen Form vom schwarz-blauenen Röhrling auf sich? Ja, im Prinzip ist es eigentlich in Anführungszeichen nur eine Varietät zum normalen schwarz-blauenen Röhrling. Die Arten sind sich sehr, sehr ähnlich, aber dann doch deutlich unterschiedlich. Gerade jung besitzen diese rosahütigen schwarz-blauenen Röhrlinge eben namensgebend so einen richtig rosarot-gefärbten Hut. Ich denke, man kann es hier sehr, sehr gut erkennen. Ja, und was noch dazu kommt, wenn die Wachstumsbedingungen passen und es nicht zu trocken ist, dann können diese rosahütigen schwarz-blauenen Röhrlinge richtig, richtig groß werden. Ja, und ich würde mal sagen, so 30, 40 Prozent größer als der in Anführungszeichen normale schwarz-blauenen Röhrling ist da auf alle Fälle drin. Ich kann euch da ja mal ein Bild aus dem Archiv einblenden. Kommt von der Größe her an einen schönen großen Steinpilz da ran. Ja, und die normalen schwarz-blauenen Röhrlinge, die werden in der Regel nicht so groß. Ja, und um vielleicht der Frage vorzubeugen, ob man den essen kann, würde ich ganz klar sagen, nein. Auf der einen Seite ist er eben extrem selten. Ja, und wird wahrscheinlich sowieso kaum gefunden. Ich denke mal, da wird es genauso wie vom rubinroten Zwergröhrling nur ganz, ganz wenige ausgewählte Habitate geben, wo diese rosahütige Form vorkommt. Und dementsprechend ist die Art alleine schon aufgrund der Seltenheit nichts für den Teller. Außerdem wurde ja festgestellt, dass im schwarz-blauenen Röhrling mit der normalen Hutfarbe ganz, ganz viel Arsen eingelagert wird und der, wie vorher schon erklärt, als krebserregend gilt. Ja, und ich kann mir nur ganz, ganz schwer vorstellen, dass das bei der rosahütigen Form anders wäre. Und deswegen gehe ich einfach mal, ohne das genau untersucht zu haben oder irgendeine Studie zu kennen, fest davon aus, dass auch diese rosahütige Form leider von dieser Arsenbelastung betroffen ist. Ja, ich denke, das war aber jetzt mal genug zum rosahütigen schwarz-blauenen Röhrling. Jetzt wollen wir uns dem direkten Vergleich widmen. Ja, und wenn man sich diese beiden Arten jetzt im Vergleich, dann denke ich, ist der Farbunterschied gerade jetzt, wo sie nebeneinander liegen, mehr als deutlich zu sehen. Ja, und der rosahütige schwarz-blauene Röhrling macht seinem Namen alle Ehre und hat dementsprechend einen eher rosa gefärbten Hut. Ja, und der normale schwarz-blauene Röhrling einen eher grau-braun gefärbten Hut. Ansonsten sind diese Fruchtkörper hier eigentlich identisch. Ja, sie blauen extrem stark bei Verletzungen. Das sehen wir jetzt dann gleich noch im Schnittbild. Haben gelbe Röhren. Ja, und so einen ein bisschen bunten Stiel, der an den Druckstellen auch schon extrem stark zu blauen beginnt. Ja, hier jetzt noch der Blick von oben auf die Röhren. Und ihr könnt schon sehen, diese Röhren sind vom Aufbau, also von der Feinheit und von der Farbe her, wirklich so gut wie identisch. Ja, also da bräuchte es wahrscheinlich schon das Mikroskop oder zumindest eine ganz, ganz starke Lupe, um da irgendwo ansatzweise irgendeinen Unterschied auszumachen. Ja, und der einzige Unterschied, der auch hier wieder heraussticht, ist vor allem die Hutfarbe. Ja, hier jetzt noch der direkte Vergleich im Schnittbild. Und plus minus ist das Schnittbild eigentlich identisch. Auch wenn der rosahütige schwarz-blauene Röhrling hier ein bisschen intensiver blaut. Das, denke ich, ist aber eher dem Wassergehalt der Fruchtkörper geschuldet. Diese rosahütigen schwarz-blauenen Röhrlinge müssen ganz, ganz frisch gewachsen sein. Ich habe die Stelle erst vor ein paar Tagen kontrolliert, da waren sie noch nicht da und jetzt sind sie da. Ja, und wie anfangs schon erwähnt, diese normalen schwarz-blauenen Röhrlinge wachsen schon seit zwei, drei Wochen. Und dementsprechend vermute ich, dass dieser Fruchtkörper ein bisschen älter ist, weniger Wasser in sich trägt und deswegen die Erektion nicht nur langsamer, sondern auch weniger intensiv ausfällt. Aber ansonsten plus minus eigentlich eine identische Reaktion im Schnittbild. Ja, und die Unterscheidung gelingt eigentlich hier nur, wenn man links und rechts eben die Außenseite mit der Hutfarbe sieht. Ansonsten würde ich sagen, kann man die im Schnittbild eigentlich kaum unterscheiden. Ja, insgesamt ist es einfach eine Freude, dass das jetzt endlich mal geklappt hat mit einem direkten Vergleich. Wie gesagt, ich bin bei sowas sehr, sehr hartnäckig und probiere es dann, ja, wenn es sein muss, auch über Jahre hinweg. Und wenn es dann klappt, ist die Freude natürlich umso größer. Ja, und hier hat es sogar mit mehreren Fruchtkörpern geklappt. Und das Einzige, was mich so ein bisschen traurig stürmt an der Geschichte, ist, dass das Habitat jedes Jahr kleiner wird. Ja, das Habitat von dem rosahütigen, schwarzbläunen Röhrling ging mal bis da oben. Ja, und es wurde leider alles komplett abgeholzt. Und dementsprechend sehr, sehr schade. Ja, aber trotzdem wunderschön, dass sich diese seltene Art trotzdem noch zeigt. Und man muss da wirklich jedes Jahr genießen, wo die Art auftaucht, weil irgendwann wird auch der Rest hier gefällt sein. Ja, und dann ist es auch mit dem rosahütigen, schwarzbläunen Röhrling bei uns vorbei. Und das zeigt wieder, nicht der Pilzsammler ist die Gefahr für Artenvielfalt und das Pilzwachstum allgemein, sondern der Verlust von Habitaten. Aber so ist es leider, kann man nicht ändern. Und dementsprechend heißt es genießen, solange es möglich ist. Und akzeptieren, wenn es dann wirklich so weit ist, dass das Habitat hier komplett gerodet ist und die Art hier dann leider nicht mehr vorkommt. Ja, eines der Ziele haben wir jetzt erreicht. Und zwar den Tannenstachelbad. Ja, er ist noch da. Aber er lässt schon so ein bisschen die Flügel hängen, würde ich jetzt mal sagen. Ist nicht mehr ganz so aufrecht. Ja, und ich denke, auch bei dem geht es langsam aber sicher aufs Ende zu. Man sieht auch hier oben, dass es sich schon leicht bräunlich verfärbt. Ja, und das ist dann schon das erste Zeichen, dass er langsam aber sicher am Vergehen ist. Und gerade dieser Ast hier vorne, da sieht man schon, wie der runterhängt. Ja, und dementsprechend wird er langsam wabbelig. Ja, und wird da auch nicht mehr ewig hängen. Ich denke, so in zwei, drei, vier Wochen spätestens wird es mit Seel den Abstoßen. Ja, und dann wird er langsam aber sicher runterfallen und hier am Boden vergehen. Aber schön, dass er dieses Jahr gekommen ist. Ja, und ich glaube, drei oder vier Mal habe ich ihn jetzt besucht. Und mir macht es sehr, sehr viel Spaß, gerade so seltenere Arten dann über mehrere Wochen zu beobachten. Gerade diese Tannenstachelbärte sind da eigentlich relativ lange zu finden. Die, wenn wir mal zu wachsen anfangen, dann so Ende September, kann man die durchaus über eineinhalb, zwei Monate dann letztendlich immer wieder besuchen und schauen, ob sie noch wachsen oder ob sie schon am Vergehen sind. Ja, hier auf diesem Stumpf haben wir jetzt eine weitere Röhrlingsart. Nehmen wir die mal raus. Ja, und das ist ein ganz, ganz tolles Beispiel für den Herbstrotfuß. Das gibt bei den jungen Herbstrotfüßen fast schon so eine Tradition, ja so ein Charakteristikum, dass die keinen roten, sondern so einen leuchtend gelblichen Stiel haben wie hier. Ja, und die meisten Sammler sagen dann immer, nee, das kann kein Rotfußröhrling sein, der hat keinen roten Stiel. Aber gerade bei diesen Herbstrotfußröhrlingen ist es ganz, ganz typisch, dass dieser Stiel jung eben so gelblich gefärbt ist wie hier. Ja, und dementsprechend ist es der Herbstrotfuß und eine weitere Art auf der heutigen Fundliste. Wunder, wunderbar. Ja, und hier jetzt nochmal im Licht gezeigt, wie gelblich dieser Stiel ausfällt. Ich möchte ihn ja schon fast neongelb gefärbt beschreiben. Richtig leuchtend gelblich, sieht wunder, wunderschön aus. Und nochmal betont, nur weil dieser Rotfußröhrling keinen roten Stiel hat, heißt es nicht, dass das kein Rotfußröhrling sein kann. Bei diesen Herbstrotfüßen ist es wie gesagt typisch. Zu beachten ist immer, Rotfußröhrlinge sind keine eigenständige Art, sondern eine Gattung mit verschiedenen Arten, die unterschiedlich groß und unterschiedlich gefärbt ausfallen können. Ja, und es war abzusehen, auch hier scheinen nochmal vereinzelt Steinpilze gewachsen zu sein. Mitten am Weg steht hier, ja ich möchte nicht sagen ein einsamer, aber ein brauchbarer Steinpilz. Ja, ich habe schon kurz getestet. Ist bombenfest, hat zwar so ein paar Fraschäden, aber den werden wir uns nochmal ins Körbchen packen. Wunder, wunderbar. Ja, und hier jetzt im Licht nochmal gezeigt, was das eigentlich für ein schöner Steinpilz ist. Wunder, wunderbar. Und gerade hier an der Stielbasis kann man erkennen, kein einziger Madengang zu sehen. Ja, und dementsprechend fast Top-Qualität. Und da der schon echt ein Stückchen größer ist, ja, wird er schon zwei, drei Tage stehen und dementsprechend hatten die Schnecken schon so ein bisschen Zeit, den Stiel ein bisschen zu bearbeiten. Aber insgesamt ist es schon noch ein sehr, sehr schöner, großer, ergiebiger Steinpilz. Ja, und wenn ihr euch die Röhrenfarbe anschaut, fast noch rein weißlich gefärbt. So sind sie mir am aller, allerliebsten. Wunder, wunderbar. Ja, und auch die Röhrlingsvielfalt lässt heute wieder mal nicht zu wünschen übrig. Maronenröhrling, schwarz-blauender Röhrling, rosahütiger, schwarz-blauender Röhrling, Herbstrotfuß, Fichtensteinpilz. Ich bin schon gespannt, ob vielleicht noch der ein oder andere Röhrlingsfund dazukommt. Ja, und langsam glaube ich, sie wollen mich so ein bisschen ärgern. Ich will ja unbedingt auch den direkten Vergleich von der Grubenloorchel und der Herbstloorchel drehen. Ja, und ich finde sie immer versetzt. Am Freitag hat man die Grubenloorchel extra mitgenommen in der Hoffnung, dass auch eine Herbstloorchel auftaucht. Nichts war es. Gestern dann Herbstloorcheln ohne Ende. Ja, und hier jetzt am Tag drauf an einer anderen Stelle wieder die Grubenloorchel. Die beiden Lorchelarten im fröhlichen Wechsel aber leider nie gemeinsam beziehungsweise immer nur dann auf der gleichen Tour, wenn ich die andere Art nicht für einen Vergleich im Körbchen habe. Aber man hat es ja bei den schwarz-blauenden Röhrlingen gesehen. Wenn man da ein bisschen dran bleibt, auch wenn es dann vielleicht mal ein paar Jährchen dauert, irgendwann klappt es schon. Und trotzdem freue ich mich riesig über den Fund, weil die Grubenloorchel auf meinen Fundlisten in diesem Wald noch nicht kartiert war. Und dementsprechend ist die hier in Anfangszeichen neu. Ja, und dementsprechend ein ganz, ganz toller, schöner Fund heute. Wunder, wunderbar. Ja, und es zeigt sich schon wieder, es ist einiges los. Ja, und ich kann auch nur das wieder von gestern wiederholen. Wer den Fehler macht, pünktlich zum Start in den November mit den Pilzesuchen und Sammeln aufzuhören, ja, der verpasst mit einen der spannendsten Monate überhaupt. Ja, bei den Maronenröhrlingen ist es so, da ist stellenweise wirklich gar nichts los. Und dann kommt man wieder an eine Stelle, wo man zahlreiche Maronenröhrlinge an einem Fleck finden kann. Hier steht jetzt einer, da habe ich schon zwei rausgenommen. Ja, und schauen diese Maronenröhrlinge nicht einfach nur fantastisch aus, Ja, wie schon gesagt, am Anfang letztes Jahr war es ja so, da gab es so einen richtigen Schub jetzt noch mal zum Start in den November. Das scheint hier zumindest in dem Wald nicht der Fall zu sein, aber man kann sie auf alle Fälle noch finden. Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt aus der Entfernung sehen kann, aber könnt ihr da vorne diese Trompetenpfüfflingstraße leuchten sehen? Ja, ich habe es euch eigentlich schon gezeigt, aber vielleicht schauen wir noch mal hin. Sie scheinen immer noch da zu sein und weiter zu wachsen. Ja, und je näher man kommt, desto deutlicher wird, schaut sich das mal an. Es ist wirklich verrückt. Einfach nur beeindruckend, wie viele Trompetenpfüfflinge hier wirklich auf kleinstem Raum erscheinen. Da muss man höllisch aufpassen, dass man nichts zusammentritt. Und so geht es hier den ganzen Berg hoch. Wirklich der absolute Oberhammer dieses Jahr. Ja, ist auch irgendwo ein Anblick, an dem man sich nicht satt sehen kann. Schaut mal, wenn man da hoch schaut. Also alles voll mit den Trompetenpfüfflingen. Ja, und gerade auch durch den Regen in den letzten Tagen sind die dann doch noch mal alle gewachsen und hätten jetzt eine relativ passable Größe. Wenn es läuft, dann läuft es halt einfach. Kann man wirklich so sagen. Auch diese Stelle habe ich dieses Jahr mehrfach vergeblich kontrolliert. Und endlich ist die Raubkatze da, der Panther. Natürlich besser bekannt unter dem Namen Pantherpilz. Ja, und für mich ist das sicherlich eine der gefährlichsten Arten überhaupt. Warum? Die Art ist nicht nur stark giftig, sondern auch der typische Verwechslungspartner von essbaren Arten, wie zum Beispiel den Perlpilz. Und auch vielleicht den verschiedenen Scheidenstreiflingen. Ja, und dementsprechend trifft sich das ganz gut. Ich habe nämlich den zweifarbigen Scheidenstreifling vom Anfang noch im Korb. Und dann können wir jetzt hier gleich einen direkten Vergleich drehen und nochmal im Detail auf die Unterschiede zwischen Pantherpilz und dem Scheidenstreifling dann letztendlich eingehen. Ja, versuchen wir den mal vorsichtig aus dem Boden zu operieren. Eines der wichtigsten Merkmale ist nämlich die Stielbasis mit der entsprechend hoffentlich deutlich sichtbaren Knolle. Versuchen wir mal vorsichtig rauszunehmen. Sack auf. Gehen wir dann vielleicht, bevor wir uns an den Vergleich machen, nochmal auf die Merkmale vom Pantherpilz ein. Der Pantherpilz ist immer so ein bisschen bräunlich, graubräunlich gefärbt und besitzt ganz, ganz oft auch so ein paar weiße Punkte auf der Hutoberseite. Im Prinzip, wenn man es ganz, ganz flapsig formulieren möchte, sieht er von oben manchmal einfach aus, wie ein bräunlicher gefärbter Fliegenpilz. Viel interessanter wird es dann aber auf der Hutunterseite. Ja, da fällt auf, er hat erstmal weiße Lamellen, so weit so unspektakulär, aber er hat auch einen in der Regel glatten Stielring. Da muss man aber ein bisschen aufpassen, wenn man nämlich den Pantherpilz zum Beispiel genau an diesem Stielring anfasst, wenn man den rausnimmt zum Beispiel, dann kann es passieren, dass da so ein richtiger Fingerabdruck zurückbleibt und der dann doch irgendwo gerieft wird. Deswegen ist es kein sicheres Merkmal, um den Pantherpilz zum Beispiel vom essbaren Perlpilz zu unterscheiden. Was ein sicheres Merkmal ist, ist zum Beispiel die Stielbasis. Ja, und hier fällt auf, dass der Pantherpilz eine hier nicht ganz so wunderschön ausgeprägte Knolle hat und diese Knolle im Prinzip von so einem ringförmigen Gebilde, das gerne Kindersöckchen genannt wird, vom Stiel getrennt wird. Und dieses Kindersöckchen, also dieses ringförmige Gebilde, das den Stiel so ein bisschen in Stiel und Stielknolle unterteilt, hat der Perlpilz zum Beispiel nicht. Ja, und bei Verletzung beginnt der Perlpilz ja bekanntlich zu röten, deswegen heißt er auch rötender Wulstling und auch das macht der Pantherpilz nicht. Und dementsprechend kann man den Pantherpilz und den Perlpilz am besten über die Stielbasis und über die Farbveränderung bei Verletzung unterscheiden. Jetzt aber zum Vergleich mit dem Scheidenstreifling. Wenn man die beiden Funde jetzt nur von oben betrachtet, dann fällt da eigentlich schon auf, dass es einige Ähnlichkeiten gibt. Ja, farblich sind sich die Funde auf alle Fälle so ein bisschen ähnlich und beide Arten fallen so ein bisschen bzw. teilweise auch deutlich gerieft aus. Man kann es hier sowohl beim Pantherpilz am Hutrand sehen, dass der so ein bisschen gerieft ausfällt. Ja, und der Scheidenstreifling sowieso. Beim Scheidenstreifling ist es aber so, dass diese Riefung einen deutlich größeren Teil vom Hutdurchmesser einnimmt und auch viel deutlich ausgeprägter ist. Ja, die wirklich deutlichen Unterschiede befinden sich aber auf der Hutunterseite bzw. vor allem am Stiel und deswegen drehen wir den Fund jetzt gleich mal um. Ja, fangen wir gleich mit der Stielbasis an. Und hier ist es leider so, dass die Stielknolle vom Pantherpilz leider nicht ganz so gut ausgeprägt ist. Deswegen ist die Basis hier schon relativ ähnlich. Es gibt aber doch ein paar Unterschiede. Ja, der Scheidenstreifling wächst aus so einer Scheide heraus. Man kann die so ein bisschen umklappen, dann erkennt man das besser. Ja, und der Pantherpilz eben mit diesem typischen ringförmigen Gebilde und doch so einer zumindest angedeutet sichtbaren Stielknolle. Diese Stielknolle kann aber noch viel, viel deutlicher ausgeprägt sein als bei diesem Fund hier. Ja, und wenn wir dann so ein bisschen weiter am Stiel hochgehen, fällt eben auf der Pantherpilz mit Ring und der Scheidenstreifling ohne Ring. Ja, und das sollten, denke ich, die zwei wirklich einfachsten, sichersten, ja und auch deutlichsten Unterscheidungsmerkmale der beiden Arten sein. Scheidenstreiflinge nie mit Ring und nie mit Stielknolle. Ja, und der Pantherpilz da hat sie im Gegensatz mit Ring und Stielknolle und vor allem diesem berühmten ringförmigen Gebilde, das den Stiel eben in Stielknolle und Stiel unterteilt. Ja, liebe Pilzfreunde, schaut mal, wer hier auch nochmal gewachsen ist, der düstere Röhrling. Eine wunderschöne, sehr dunkel gefärbte Art, fast gänzlich schwarz, ja und dementsprechend so ein bisschen besonders. Ja, und einfach eine wunderschöne Art. Ja, und die haben nochmal richtig losgelegt, das muss man wirklich so sagen. Schaut mal, hier haben wir jetzt den einen Fruchtkörper. Da steht die Nummer 2. Wenn man ganz genau durch das Gestrüpp schaut, sieht man da oben die Nummer 3. Hier drunter versteckt sich die Nummer 4. Ja, und da ums Eck ein großes Exemplar, die Nummer 5. Und ich denke mal, hier unter dem Gestrüpp werden sicher noch ganz, ganz viele weitere stehen. Ja, und dementsprechend macht es da gar nichts, wenn wir nochmal einen für die Teilaufnahmen entnehmen. Ja, und das machen wir jetzt auch. Ja, hier jetzt abschließend zum düsteren Röhrling noch das Schnittbild. Für uns ist der düstere Röhrling, wie schon oft gesagt, kein Speisepilz, aber ein gern genommenes Fotoobjekt. Ist an sich eine ungiftige Art, die zumindest theoretisch verzehrt werden könnte. Wird in der Regel als Kriegspilz beschrieben. Was sind Kriegspilze, ist schon oft erklärt. Das sind Arten, die an sich ungiftig sind, die man theoretisch zubereiten kann, die aber keinen tollen Geschmack haben. Ja, gerade beim düsteren Röhrling fällt der so ein bisschen dumpf, ein bisschen muffig aus. Und während Kriegszeiten kann so ein Kriegspilz dann eben helfen, Hungersnöte zu überbrücken, weil die Art Nährstoffe, Mineralstoffe, Vitamine enthält und somit zwar nichts zum Genießen ist, aber trotzdem helfen kann, so eine Hungersnot zu überbrücken. Ja, schaut mal, wie schön hier die Sonne reinlacht, die tiefstehende Herbstsonne. Wunder, wunderbar. So ein bisschen neblig ist es noch. Ja, schon sehr frisch, aber macht trotzdem Spaß. Ja, mit diesem tollen Anblick möchte ich mich dann langsam aber sicher von euch verabschieden. War für mich heute wieder eine fantastische Runde mit einer total wunderbaren Vielfalt, gerade weil es eben schon so spät im Jahr ist. Ja, und gerade die Röhrlinge haben noch mal richtig losgelegt. Da haben sich einige Arten heute finden lassen. Das Highlight natürlich der rosahütige schwarzblaune Röhrling. Ja, das soll es von meiner Seite dann gewesen sein. Vielen Dank an jeden, der wieder bis zum Ende vom Video dabei geblieben ist. Ich hoffe mal, ihr hat jetzt ein genauso schönes Pilz- und artenreiches Wochenende wie ich. Ja, wünsche euch eine ganz, ganz schöne Woche. Und wenn man den Wetterbericht glauben kann, geht es ja noch ein paar Tage oder vielleicht sogar ein, zwei Wochen so weiter. Ja, und deswegen ist die Vorfreude auf die nächsten Wochen immer noch sehr, sehr groß. Und dann hoffen wir, dass es wirklich so weitergeht. Ja, macht es gut und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt.